Was ist Leute, mein Name ist Ani Justin. Willkommen zu einem Spiel namens The Mimic. Es ist ein Roblox-Spiel und wir werden es heute auschecken. Nun, nun, um was das Spiel handelt. Du gehst zurück zu deiner alten Schule, in der Hoffnung, dass du deine verschwundenen alten Freunde findest. Aber du triffst eine mysteriöse Kreatur, die in der Schule ist. Anscheinend gehst du in eine mysteriöse Welt und du weißt nicht, was dich erwartet. Also es ist ein Roblox-Horrorspiel und wir müssen quasi... Ich glaube, es heißt ja The Mimic, das heißt, wir müssen wahrscheinlich ein Monster entkommen. Was ziemlich gestört aussieht. Und zwar ist das ziemlich crazy, weil zieht euch das mal rein. Das sollte jedes Spiel machen. Ohne Scheiß, ne? Chapter 1 und wenn man sich nach links dreht, Chapter 2. Ohne Scheiß, ne? Das ist so ein viel besseres System. Und hier rechts, Chapter 3 coming soon. Ey, ohne Scheiß, ne? Ich selbst wäre nicht darauf gekommen. Keine Ahnung, wieso. Aber das ist so ein geiles System, dass ich nicht verstehen kann, wieso das andere Leute nicht tun. Sobald dieses Video mindestens 2000 Likes bekommt, kommt die nächste Folge Roblox hoch. Und Abonnieren kostenlos, dann ist kostenlos und hier kommt dickes Videos hoch. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Okay, Headset aufgesetzt und es regnet ganz schön. Das ist crazy, aber... Ja, Alter, das ist so crazy, ne, Bro? Okay, warte mal, warte mal. Wo wollen wir reingehen? Wo die meisten Spieler sind, oder? Ich meine, hier sind einige, aber wo wollt ihr reingehen, Bro? Okay, ich stelle mich einfach hier hin und werde jetzt immer mal reingehen. Okay, let's go, let's go. Okay, wir sind jetzt zu dritt hier drin, ne? Hoffentlich kommen ein paar mehr Leute. Das war schon ziemlich episch auf jeden Fall. Okay, es geht los. Chapter 1. Bro, ich weiß nicht, was hier passiert. Ich meine, ich habe es zwar gelesen, aber... Trotzdem habe ich nicht wirklich die größte Ahnung. F, um Licht anzumachen. Shift, um zu rennen. Okay, ich sehe das. Ich sehe aber nichts, es ist schwarz. Warnung. Das Spiel enthält Lichter. Okay. Was ist hier los? Wollen wir reingehen? Wollen wir in die Schule gehen? Oder ist das die Schule? Lark Winter. Das sieht eher aus wie ein Flughafen. Und nicht wirklich wie eine Schule, aber hey, wer weiß. Okay, okay. Ja, ich werde euch auch mal folgen, ne? Ich meine, ich bin traurig. Ihr wisst bestimmt, was zu tun ist, oder? Irgendwie sieht dieses Spiel anders aus. Das sieht so aus wie ein Film, ja? So einen Roblox-Film müsste es halt auch geben, ne? Ich glaube sogar, ich würde den schauen. Und ich glaube sogar, ich würde Geld dafür zahlen, um Roblox-Film zu sehen, ja. Definitiv. Okay, ähm, willst du hier reingehen? Oder was willst du tun? Ich meine, oh mein Gott, du hast es aufbekommen. Äh, Fußschritte. Ähm, wir sollen den Key finden. Ein Schlüssel. Okay, ich sehe dich. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung. What? Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte den Schritten folgen. Okay, ich werde es tun. Auf geht's, folgt ihr mir? Okay. Ähm, oh, oh, hier geht es rein. Ich sehe dich. What the hell? Ah, das, ähm, der Trainingstraum. Der Pool sollte hier irgendwo sein. Ja, also das Ding ist, hier gibt es halt keine Fußschritte mehr, ne? Das ist halt das Problem. Deswegen, es könnte sein, dass wir einfach nichts finden werden. Was ist da denn überhaupt? Oh, hier sind weitere Fußschritte. Wir müssen hier lang, oder? Ja, der Pool. Let's go, let's go. Kommt her. Hier lang. Bro, ich habe nicht erwartet, dass es passiert. Ich dachte, es wäre eher sowas wie Piggy. Aber es sieht so aus, als wäre es eher so ein Story-Spiel. So ein Horror-Story-Spiel. Was? Ah, warte, hier vielleicht? Ne, ne? Nein, leider nicht. Oh, warte, es geht. Hä? Hier geht es weiter. Was zum Teufel? Hier gibt es ja Fußschritte. Ich folge einfach nur mit Fußschritten gerade. Okay, woran führen die? Hier hin? Oh mein Gott. Ah, hier ist ein Schlüssel. Ähm, ich habe den... Okay. Ich habe den Schlüssel bekommen. Und jetzt soll ich zurück zum Fitnessstudio gehen. Ich meine nicht zum Fitnessstudio, sondern zum Sportraum. Okay, ich sehe dich. Na, dann werden wir das mal tun. Warte mal. Was leuchtet da so komisch? Alter, was ist... Ist das ein PC-Raum? Es stinkt hier. Ja, da ist ja auch Müll und alles. Also, was erwartest du bitte? Okay, Leute, kommt's. Kommt zurück. Wir haben nicht Ewigkeiten Zeit. Okay. Was soll ich hier machen, aber? Ich meine, wo soll ich den Schlüssel reinstecken? Das ist ja meine Frage gerade. Was steht hier? Aztec Empire. Heißt du die Schule oder wie sieht es aus? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier geht es nicht rein. Sehr interessant. Diese Tür ist geschlossen. Ich sollte... Ich habe einen Schlüssel. Okay, jetzt geht's. Ich sehe dich. Oh mein Gott. Irgendwie passt der pinke Baum hier voll rein. Ich mag diese pinken Bäume. Irgendwie gibt es die gar nicht in Deutschland. Die gibt es nur in Asien, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh, was? Beautiful. Oh mein Gott. Was würde Sakura Baum hier tun? Ach, Sakura Baum nennt man die oder? Ich habe keine Ahnung. Hm. Interessante Zeichnung auf jeden Fall. Okay, was sollen wir jetzt hier tun? Ich habe keine Ahnung. Was ist unser Ziel? Was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Mission? Wir haben alle keine Ahnung. Kann das sein? Oh mein Gott. Ich habe die Tür aufbekommen. Was zum Teufel ist hier los? Okay, das sind ganz alte Schächte. Oh mein. Was? 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 Okay, keine Ahnung, was passiert ist. Das ist sehr interessant. Eine Trompete. Ah, es ist der Musikunterricht. Ich sehe dich. Kann ich hier hoch? Ja. Oh. Ich habe was gefunden. Ähm. Ja, auf geht's, ne? Wieso nicht? Okay, du folgst mir aber, oder? Okay, let's go. Oh, wir brauchen Schlüssel wieder für. Okay. Dann lass uns den Schlüssel suchen. Nur, wo könnte er sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist nur eine Trompete. Oh Gott. Nein, nein, ich bin stuck. Hallo. Komme ich hier wieder raus oder nicht? Oh mein Gott. Okay, let's go. Ich komme wieder raus. Das erfreut. Was? Was ist das für Geräusche? Ich bin nicht alleine. Oh mein Gott. Du hast den Schlüssel. Was? Wo hast du den Schlüssel bekommen? Den Schlüssel? Ich folge dir mal mal. Wo hast du den Schlüssel gefunden? Okay, let's go. Ich muss den Schlüssel finden. Ich habe keinen. Oh mein Gott. Wir haben doch einen. Okay, let's go. Okay. Also es reicht, wenn einer, eine Person den Schlüssel hat. Wo ist er? Oh mein Gott. Alter. Ich glaube, das Spiel ist neu, oder? Okay, sollen wir da lang? Okay, let's. Ach, hier bist du ja. Hallo, kommst du her? Komm her. Let's go. Wir wollen da lang gehen. Bro. Das ist eine crazy Atmosphäre. What the hell? Okay. Mein Auge juckt. Das ist immer sehr gefährlich, wenn das Auge juckt im Videospielen. Dann, ähm. Ja, ist natürlich ein Problem. Okay, schön folgen. Schön folgen, okay. Das ist richtig. Oh. Jemand weint? Okay, ich mache mein Mikrofon lauter. Damit ich auch schön übersteuere, wenn ich schreie. Oh Gott. Nicht weinen. Hey. Wir kommen in Frieden. Oh mein Gott. Ja, ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Hallo. Oh mein Gott. Was? Was ist passiert? The Don't? Nein. Bro, ich habe gerade keine Ahnung. Okay. What the... Äh. Was geschieht hier? Warte, kann ich schreiben? What's your name? Ich will nur wissen, was dein Name ist, bevor wir sterben. Bitte sag mir deinen Namen. Numan. Numan. Ähm. Nice. Okay, lass mal nicht sterben. Die müssen wirklich Woich-Chat in Roblox einbringen. Anscheinend gibt es das irgendwie auch schon. Okay, let's go. Ja. Er ist sogar deutsch. Ich glaube es nicht. Das ist so crazy, ne? Das ist so ein Zufall, dass er deutsch ist. Macht aber Sinn. Ich weiß ja nicht, ob die Schulen begonnen haben. Ich verstehe nicht, was ihr redet. Gibt es hier Jumpscares? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, folgt mir einfach. Oh Mann. Zum Glück ist der Typ, der neben mir ist deutsch. Das ist ziemlich episch. Dann können wir die deutsche Nationalhymne zusammen singen. Bevor wir sterben, wissen wir, dass zwei Deutsche gestorben sind. Oh mein Gott. Oh. Was? Hier? Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich bleibe jetzt neben Numan. Ich habe kein gutes Gefühl. Bro. Wieso erinnert mich das an Little Nightmares? Ich habe keine Ahnung. An diese Endstele von Teil 1. No risk, no fun. Oh mein Gott. Okay. No risk, no fun. Agnes, gleich akzeptiert es. Ich folge dir mal. Okay, let's go. Wir müssen den Schlüssel finden. So wieder. Da oben, was? Was ist da oben? Oh mein Gott. Ah, links ist Schlüssel. Das heißt, wir kommen geradeaus und dann nach links. Okay. Also wir müssen einmal geradeaus gehen. Komm. Ich weiß, wo es ist. Oh mein Gott. Oh mein. Ich habe Schiss. Oh mein Gott. Was kommt hierher? Was kommt hierher? Was kommt hierher? Oh mein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind so tot. Wir sind so tot. Wir sind so tot. Ist es weg? Ist es weg? Ist es weg? Es hört nicht auf. Es geht weiter. Bro. Alter, die ohne Scheiß, ne? Die Musik ändert mich so richtig krass an Little Nightmares. Okay, ist der Schlüssel hier irgendwo? Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier? War das hier? Let's go. Ist das hier? Der Schlüssel? Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ich habe den Schlüssel gefunden. Okay. Hab Schlüssel. Wo bist du? Bro. Wo bist du gerade? Oh mein Gott. Ich habe keinen Plan. Wo ist? Beim Eingang. Okay, komme. Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Scheiße. Ich habe so Schiss. Oh mein Gott. Okay. Okay. Let's go. Warte, lassen wir kurz nachsehen. Der Ausgang ist, wir müssen nach rechts. Wir müssen komplett nach rechts. Geradeaus und dann nach links. Okay, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Let's go. Wir wollen zusammen gehen. Ich will dich nicht alleine lassen. Hier lang. Hier lang. Hier lang komplett nach links. Lauf, lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Von wo? Ich weiß nicht von wo. Oh mein Gott. Scheiße, dann. Lauf. Oh mein Gott. Was ist das? Ah. Oh mein Gott. Scheiße. Lauf. Lauf, lauf. Lauf. No. No. Das ist nicht geschehen. Oh Mann. Ja, oh Mann. Was? Ich habe doch einen Schlüssel. Ach, ich habe die. Oh. Oh mein Gott. Let's go. Geh da rein. Geh da rein. Geh da rein. Oh mein Gott. Let's go. Let's go. Laden bitte warten. Oh, jetzt bin ich alleine. Jetzt kommt Chapter 2. Bro. Oh mein. Oh. Bist du wieder hier? Lebst du wieder? Ist das Numan? Das ist nicht Numan, ne? Ich glaube nicht, dass Numan ist, oder? War das Numan? Lol. Okay. Das ist nicht Numan, glaube ich. Oh Gott. Okay. Zum Glück haben wir es gefunden. Das war echt crazy. Diese Atmosphäre hier bei dem Spiel, ne? Ich weiß nicht, wie wir das machen, aber schon nicht ohne auf jeden Fall. Schon ziemlich crazy. Okay. Let's go. Oh. Wollange gehe ich? Ich laufe gegen Sachen hier, weil es auch sehr dunkel ist. Weil da kämpft kaum irgendwas. Sie sind so unten. Ah. Das ist meine Ausdauer. Ich sehe dich. Wieso ist er gestorben? Ich meine, das war so einfach nicht, da zu sterben. Okay. Ich sehe es aber immer noch dort. Ich hoffe, man kann sich mit Robux wiederbeleben, wenn man stirbt. Das wäre respektabel. Lol. Da. Oh. Okay. Ist er das doch? Keine Ahnung, ob er das ist. Anscheinend nicht. Okay. Oh mein Gott. Hier ist eine fette Stadt. Was? Ich soll mit dem Farmer reden. Okay. Ich weiß nicht, wo der Farmer ist, aber ich gehe mal davon aus, er wird irgendwo anders sein. Ah. Da ist er. Bist du ein Farmer? Bist du ein Farmer aus Asien? Ich habe dich hier vorher nicht gesehen. Bitte sei positiv hier. Mein Bruder ist in die Stadt gegangen und ich glaube, er ist nicht zurückgekommen oder sowas. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch bleiben kann. Sie beobachtet uns wahrscheinlich, während wir sprechen. Wenn du eine Lady siehst, die ein B.U. spielt, ist es zu spät. Ich habe etwas oben, dass du irgendwas gebrauchen kannst später. Okay. Wo oben? Ich gehe mal nach oben. Du meintest hier. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Ein Schlüssel. Oh, es ist doch. Es ist doch. Hä? Du lebst wieder. Okay. Let's go. Ich sehe dich. Das respektiere ich sehr. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Komm her. So. Schlüssel. Aber wo sollen wir hin als nächstes? Yes, Sir, sagt er. Wie alt bist du? Das ist nämlich gerade. Okay. Wir wollen 15. Okay. Das ist älter als erwartet. Ähm. Okay. Das ist älter als erwartet auf jeden Fall. Und du? Äh. Ich bin ein YouTuber. 26. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Ich bin quasi. Ich. Ich. Ich bin dein älterer Bruder. Hahaha. Ich beschütze dich. Hahaha. Okay. Das ist episch. Ich gebe dir noch ein XD. Ein XD muss auf jeden Fall sein. Okay. Alter. Irgendwie diese Unschärfe, ne? Oh. What the hell? Alter. Ah. Ich beschütze dich auch. Du wirst gar nichts tun, Bro. Teamwork. Haha. Lol. Okay. Na dann. Let's go. Wo ist er? Hallo? Hallo? Da liegt eine Leiche. Äh. Wo? Hä? Wo denn? Ach hier. Ne. Wo? Oh mein Gott. Hier? What the hell? Oh mein Gott. Oh. Oh. Das ist crazy. Okay. Das ist echt gestört. Das ist echt gestört. Bro. WTF? Ach. Das geht nicht. Okay. Let's go. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir wollen die Leiche nicht mehr beobachten. Ich meine. Hätte ich ein Handy dabei, würde ich. Oder hätte ich hier empfangen. Ich warte. Hier gibt es keinen Empfang. Ich warte. Wir sind der verdammten Hürde. Natürlich gibt es hier keinen Empfang. Oh mein Gott. Diese Statuen sind mir nicht aufgefallen. Okay. Die sind wahrscheinlich überall. Lass mich raten. Eine Statue lebt. Ich warte mit euch. Oh mein Gott. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich kann nicht sein Lauf, ey. Sonst sterbe ich selbst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab so Schiss. Was zum Teufel geschieht hier gerade? Oh mein Gott. Ich wusste es. Einige Statue leben. Bitte nicht die große. Oh mein Gott. Ich hab so Schiss, ne? What the hell? Oh. Oh. Oh no. Oh mein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ups. Oh. Ich hab mich voll erschreckt. Ich war zu panisch. Ähm. Komme. Oh Gott. Bin tot. Am Anfang. Ähm. Oh Gott. Das ist echt kacke gerade. Da wollte ich sie beschützen. Er auch. Okay. Let's go. Sehr gut. Er auch. Okay. Ich meine. Wir wissen ja wenigstens jetzt, was auf uns wartet. Und wann das. Naja. Die hier leben. Okay. Genau. Hier wird's anfangen, ne? Okay. Das war doch die, die gelebt hat, oder? Ich glaube ja. Oder war das die hier? Könnte auch die hier gewesen sein. Oh ja. Das war die hier. Okay. Das war die hier. Let's go. 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 Dieser werde ich so vorsichtig sein, als ohne Scheiß. Ich werde so vorsichtig sein. Okay. 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 Immer vorsichtig bleiben. Wer hat mich jetzt angegriffen? Ich weiß es halt nicht genau, ne? Ich weiß es halt wirklich dort nicht. Wer war das? Die rechte, oder? Ist ja eigentlich die einzige, die ich sein konnte, glaube ich. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung. Okay. Schön nach vorne schauen. Schön nach vorne schauen. Ah. Da hinten ist das Haus. Vielleicht kommt der Schüsse rein. Davon gehe ich mal aus. Oder? Lass mal sehen. Oh. Hier ist ein Hebel. Okay. Machen wir das mal? Na dann würde ich sagen, let's go. Okay. Also dieselbe Person kam aber nicht nochmal. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ist jemand. Da oben ist jemand. Heilige Scheiße. Okay. Ja. Da gehen wir jetzt rein. Da gehen wir jetzt rein. Weil wir lebensbüde sind. Wozu ist der Schlüssel denn da? Was ist das hier? Okay. Das ist gestört. Ich sollte checken, was hier unten ist. Okay. Na dann. Auf geht's, ne? Okay. Gleich. Wir stürzen das aber einfach rein. Okay. Gehen wir so etwas nach links. Hier ist... Oh mein Gott. Hier ist ein Weg. Eine grüne Wand. Oh. Schlüssel? Ist da der Schlüssel für? Nein. Okay. Let's go. Let's go. Dafür ist es da. Okay. Und es kommt nächste Sequenz. Wir sollen dem Hotel entkommen, weil wir jetzt auf einmal in dem Hotel sind. Äh. Buddy? Buddy? Ähm. Wo bist du? Ah, da bist du. Ja, okay. Let's go. Okay. Okay. Ich will das nicht alleine. Oh. Huh. Okay. Ich will das nicht alleine tun. Es ist besser, wenn man so etwas zu zweit tut. Was? Wieso sollte ich hier ein Hotel sein? Ich verstehe nicht. Ich verstehe das nicht. Ähm. Das tut sie alles hier. Alter, wer bist du? Ähm. Wer ist sie? Fragst du? Sie ist halt irgendwie eine bösartige Kreatur. Das hat irgendwas mit dem chinesischen Mythos zu tun. Okay. Sie bringt dich überall hin, wo sie gerne will. Äh. Die Leute, die von ihr anvisiert werden, werden gestört. Du hast bestimmt von den Mimik-Leuten gehört. Äh. Ich war zu lange. Du kannst nicht entkommen. Ich habe es schon zu oft versucht. Oh. Fahrstuhl? Ähm. Puh. Okay. Fahrstuhl-Musik. Ich sehe dich. Warte. Da sind wir wieder. Wo sind wir jetzt? Äh. Er braucht länger, um zu laden. Kann das sein? Ich glaube, sein PC ist schlechter. Okay. Let's go. Komm her. Komm her, Bro. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Die Türen sind gesperrt, oder? What? Ich höre Geräusche in den Türen. Okay. Sie kann uns also dahin bringen, wo sie gerne will. Kann sie mich auch zu... Oh mein Gott. Okay. Oh. Oh mein Gott. Das ist nicht geschehen, oder? Das ist einfach nicht geschehen. Ähm. Ja. Ich sage mal, sie hat mich. Bro. Ich weiß nicht, ob ihr überlebt habt oder nicht. Aber ich gehe jetzt einfach mal weiter. Okay. Wo bist du? Anfang des Hotels. Warte auf mich. Okay. Let's go. Ich folge ihm einfach mal. Mann. Ich lasse mich immer erwischen, weil ich halt immer... Keine Ahnung. Ich beobachte die halt immer. Und ich weiß nie, ob die irgendwas... Okay. Let's go. Weiter geht's. Lichter an. Lichter an. Lichter an. Lichter an. Bro. Das ist echt ein crazy Spiel. Wo dann wollten wir nach rechts oder nach links? Nach links. Okay. Lass mal nach links gehen dieses Mal. Was auch mal links ist. Aber... Sieht halt ehrlich gesagt nach gar nichts aus, ne? Okay. Hier ist nichts. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ist er verschwunden? Ne. Er ist auch da. Okay. Er ist da lang gelaufen. Okay. Ich seh dich. Ich wollte ja nur gucken, ob da irgendwas ist. Okay. Lass mich vorgehen. Diesmal werde ich nicht mehr da flyen fallen auf den Trick. Okay. Das war's. Ähm. Du bist tot, oder? Oh mein Gott. Sie spielt einfach mal Gitarre oder so. Bro. Oh mein Gott. Äh. Nein, nein, nein. Geh nicht zu ihr. Geh nicht zu ihr. Geh nicht zu ihr. Geh nicht zu ihr. Oh mein Gott. Scheiße. Alter. Was? Oh mein Gott. Sie hört dich auf, uns zu verfolgen. Sie hört dich auf, uns zu verfolgen. Okay. Let's go. Wieder. Geh da hin. Jetzt müssen wir nach rechts. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Nach rechts. Perfekt. Ich glaube, wir müssen sie austricksen. Oh mein Gott. Komm her. Komm her. Ich kann nicht auf dich warten. Komm her. Komm her. Lauf. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Wir haben sie ausgetrickst. Es hat gut funktioniert. Okay. Jetzt beeil dich. Wo lang sollen wir? Wo lang sollen wir? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja nur einen Weg hier. Theoretisch, oder? Und dieser eine Weg sollte... Oh mein Gott. Sie sind da und so da. What? Ich habe keine Ahnung, wo lang... Oh mein Gott. Hier lang. Hier lang. Let's go. Okay. Fahrst du Musik oder nicht? Anscheinend weniger. Oh, schon wieder so ein Labyrinth. Wir müssen... Oh Gott. Also eher nach links. Links halten. Und dann rechts halten. Okay. Komm her. Wir können übrigens nicht springen bei dem Spiel. Wollte ich noch kurz anmerken. Erstmal links halten. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Let's go, let's go, let's go, let's go. Die macht halt sehr gerne Musik, ne? Hier. Okay. Ich komme ganz gut zurecht, glaube ich, in so Labyrinths, denke ich mal. Sollte nicht allzu schwer sein. Und jetzt gleich rechts halten, glaube ich. Okay. Jetzt hier rechts halten. Das müsste der Weg sein. Also anscheinend gibt es... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal. Ist das falsch oder richtig? Ich weiß das nicht. Ähm. Nein, nein. Komm her, komm her, komm her. Komm hier lang, hier lang, hier lang. Das ist der richtige Weg. Wir müssen noch ein bisschen geradeaus laufen. Oh mein Gott. Ich habe kaum Ausdauer mehr. Ich brauche erstmal Ausdauer. Ich brauche erstmal mehr Ausdauer. Genau. Hier lang. Ich sage erstmal erstmal die Ausdauer. Was? Pussy. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Höchstwahrscheinlich rechts. Ich gehe mal von aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn es nach links geht, ja. Okay. Rechts ist richtig. Bro. Dieses Spiel, ne? Das ist so crazy. Okay. Jetzt einfach geradeaus. Das sollte richtig sein, glaube ich. Bro. Ich weiß nicht, wieso. Ich finde immer diese grünen Elemente hier irgendwie so cool. Das gibt einem so voll Feeling. Ich weiß auch nicht, was ich genau damit meine. Aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. So. Ich weiß nicht, wieso. Erinnert mich bisher an The Last of Us. Oh mein Gott. Oh mein. Das geht zu weit. Nope. 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 Hier rechts. Hier rechts. Hier rechts. Oh mein Gott. Komm her lang. Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier lang. Let's go. Ich glaube, wir sind richtig, oder? Oh mein Gott. Sind wir richtig oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Da hinten ist etwas. Ist da hinten eine Tür? Ist das der richtige Weg? Ich würde sagen mehr. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Wir haben uns verirrt. Wir haben uns verirrt. Oh Gott. Ähm. Ja. Komm hier lang. Komm hier lang. Komm hier lang. Wir haben uns echt verirrt. Okay. Wo ist dieses Ding? Oh. 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 Oh mein Gott. Das ist echt kein Witz mehr. Oh Gott. Ich habe echt keine Lust mehr drauf. Oh mein Gott. Wir haben uns einfach verirrt. Wir könnten wieder am Anfang sein und ich wüsste nichts. Ja. Ähm. Definitiv verirrt. Wir sind mitten im Nirgendwo. Ich mache keinen guten Job als großer Bruder. Das steht auf jeden Fall fest. Oh mein Gott. Scheiße. Wir sind tot. Das war's. Wir sind echt tot. Oh mein Gott. Warte. Ich lasse mich auch töten. Ich lasse mich auch mal töten. Hey. Komm her. Komm her. Ich will mich auch töten lassen. Genau. Oh mein Gott. Ich lasse mich auch töten. Damit wir zusammenbleiben. Oh mein Gott. Ist das das? Oh mein Gott. Wir haben es gefunden. Ich glaube, wir haben es gefunden. Glaube ich, oder? Okay, ja. Ich habe es gefunden. Oh mein Gott. Ah, ich suche immer noch mal nach meinem Freund. Habe ich immer vergessen. Du hast es geschafft, im Hotel zu entkommen. Und im Mimik. Damn. Oder du dachtest so? What the hell? Warte. Okay. Ich muss jetzt gehen. Das war es auch für das Video. Ich will euch noch eine Folge davon lassen. Oben da. Abonniere. Und bis zum nächsten Video. Bye.